Hallo Leute, willkommen. Hier ist ein neues Video für die Neuen hier. Ich heiße Daniela und ich habe heute jemand hier, meine Freundin, die Noemi. Hallo, ich bin Noemi und ja, ich freue mich, bei diesem YouTube-Video dabei zu sein. Und wir werden Lieder bewerten. Wir machen es auf dem Fernseher, nicht auf dem Handy. Und sie spielt halt ein Lied. Wir machen es nicht so lange. Wir spielen jetzt nur eine Minute lang und dann bewerten wir es und so weiter. Okay? Wir machen es nicht so lange. Okay, das ist schon mal eine Minute. Also bis jetzt gebe ich eigentlich das Lied eine 10. Du? Ähm, ich gebe Ihnen auch ein 10 von 10. Okay, nächstes Lied. Okay, das ist jetzt das nächste Lied. Das ist eigentlich mein Lieblingslied. Okay, das ist jetzt bis jetzt. Okay, und starten. Okay, bis jetzt gebe ich das Lied eigentlich eine 10. Ich lieb's. Ich gebe das Lied eine 7 von 10. Und wieso? Nicht eine 10? Naja, nicht so spannend, denke ich. Okay, nächstes Lied. Das nächste Lied heißt Bagging. Also ich gebe eine 10. Ich gebe auch eine 10 von 10. Okay, nächstes Lied. Das ist das nächste Lied. Ich gebe das Lied. Also ich gebe eine 9 von 10. Ich gebe es eine 8, weil manchmal ist es ein bisschen langweilig. Und du? Und wieso? Das Lied kenne ich sehr lange. Und ich mag es auch sehr. Es ist sehr gut zum Joggen und so weiter, wenn jemand langweilig ist und so. Ja, nächstes Lied. Das ist das nächste Lied. Das ist das Lied. Das ist das Lied. Ich geb's eine C, also eine 9, weil, also das Video dazu, also ich geb's eine 9, weil das Video dazu ist auch, ähm, halt cool und so, aber, naja, ich schau's nicht, also ich hör mir dieses Lied nicht immer an. Also, ich geb's ein 10 von 10, weil, ähm, es ist sehr gut zum Austoben, wenn man zu viele Gefühle in sich hat. Nächstes Lied. Nächstes Lied. Ich geb's eine 10, weil ich finde, es ist echt cool, ähm, wenn man's in einer Party anhört, dann kann man auf eine Austoben, usw., ja, ich geb's eine 10, auf jeden Fall. Also, ich geb's eine 9 von 10, es ist sehr schön, also, ja. Wir beginnen weiter draußen, weil ich muss eigentlich schon gehen. Ja, also wir gehen mal raus und vielleicht können wir dort draußen mehrere Videos machen. Also, wir sind wieder zurück. Wir werden jetzt ein paar Geheimnisse rauslassen. Also, ich frag dir als erstes eine Frage. Ähm, ähm, ähm... Ja, ich denk nach, na, ich glaube, da hieß das Video. Also, ich frag dir jetzt, was? Gut. Warst du schon mal in Social Media? Äh, ja, tatsächlich hab ich TikTok, aber meinen Namen werde ich erstmal nicht verraten. Und ich habe tatsächlich auch YouTuber, ich gerade keine Videos hoch. Also, meine Frage ist, ob der Milila, also sie, schon mal, ähm, peinliche Fotos in WhatsApp-Tonik gestellt hat. Nein, eigentlich hab ich das, glaube ich, noch nie. Ich bewähre jetzt nicht zu 100%... An diesem Moment hat uns jeder angeschaut. Wie peinlich. Jetzt frag ich. Ich frag sie, ob sie schon mal ein Schimpfwort zu ihrer Mutter gesagt hat. Ähm, na ja, tatsächlich hab ich das gemacht. Ähm, na ja, ja. Vielleicht war es nicht so ein Schlimmes. Was? War es ein wirklich Schlimmes für dir? Nein, eigentlich nicht. Okay. Nächste Frage geht an ihr. Jetzt fragt sie mir was. Also, meine Frage ist, ob du schon mal in der Schule, ähm, fake geweint hast. Also, aus keinem Grund. Ähm, ja. Eigentlich schon. Und was passiert ist, ist, dass jemand hat für mich halt wehgetan. Und es hat nicht wehgetan, ich hab's nicht gespürt und ich hab einfach nur geweint. Einfach nur so. Und dann später spüre ich es und sag, wie wein ich überhaupt, das tut nicht mal weh. Also, ich frag ihr jetzt, äh, was? Aber mit der Alka gar nicht, oder? Was? Mit der Alka gar nicht. Ähm, nein. Also, ich frag ihr jetzt, was? Jetzt frag ich ihr was. Hast du schon mal deiner Freundin gesagt, du warst auf Urlaub, obwohl du überhaupt nirgends wo warst? Ähm, nein, eigentlich nicht. Aber so etwas ähnlich. Also, ich hatte mal eine Freundin und, ähm, die hat mich so genervt. Ich hab gefragt, ob ich am Wochenende zu Hause bin. Und ich hab halt gesagt, nein, wenn ich in Ungarn bin. Also, nein, ja. Und, ähm, sie hat halt es geklauft. Und sie war halt so ein Toxic-Trend. Und, ja. Nächste Frage geht an mir. Und was hast du denn zu fragen? Also, meine Frage ist, ob du schon mal deinen Bruder zum Weinen gebracht hast? Eigentlich nicht. Ähm, er hat mir zum Weinen gebracht. Weil er... Ähm, er hat es so genervt, dass ich ihm heute geschlagen... Nein, er hat mich geschlagen und dann hab ich ihn zurückgeschlagen. Dann hat er mich geschlagen. Ja, ihr Schwesterliebe. So, wir machen noch eine Frage noch und dann enden wir dieses Video. Jetzt frag ich ihr was. Ähm... Ja, man kann daran glauben. Und auch nicht. Hm. Ist halt so. Ich bin ein Jesus-Fan. Äh, manche Leute glauben, manche nicht. Aber man muss jetzt nicht sagen, man muss an Jesus glauben. Also, ja, wir enden dieses Video jetzt. Und dann... Ich sag einfach mal auf Wiedersehen. Und wir sehen euch... ...nächste Woche oder vielleicht nächstes Mal. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.